Hallo, es kommt zurück zu Let's Play. TTT. Ähm, wir sind gerade bei einem spannenden Map-Wechsel. Dieser Begriff Map-Wechsel. Meine Fresse. So schwer ist der nicht. Ähm, ja, ich war letzte Runde zweimal T. So war mal Detective, oder? Ja, ja, zweimal Detective. Ähm... In der ersten Runde lief recht gut, auch deswegen, weil Red Hunter ein Noob ist. Und ich einmal recht hatte mit einem T. Beziehungsweise zweimal. Und einmal hab ich ihn davon auch getötet. Das zweite Mal hätte ich's machen sollen. Weil der ja schon gesagt hat, jemand hat mich random angeschossen. Hab ich mir vorgenommen, seitdem hab ich mir vorgenommen, ich töte die Leute einfach direkt. Weil ich hab dann einen Grund und... Scheißegal, können die mich reporten oder sonst was. Ja, ähm... Ich wünsche viel Spaß. Send den kleinen Info. Mach mal hinne. Achso, wir spielen Skylands. Die Map hab ich früher gehasst. Jetzt mag ich's, seitdem ich einen Standort von einer Rifle weiß, den sonst... Kaum welche wissen. Ich trinke mal kurz wieder was. Ebenso hab ich mich die letzten Folgen mit Popcorn vollgefressen. Das ist jetzt allerdings leer. Na komm. Okay. 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 Ich... Frag gar nicht, was da eben grad los war. Hallo. Hallo. Und tschüss. Aua. Ahaha, bist du witzig. Aua. Wieso geht er nicht an die Leiter ran? Ja, steckt innen drüben. Alter. Ja, ey, was muss da wohl angehen? Ich bin Nino. Ich auch. Pass, sie ist bei mir. Pass, sie ist bei mir. Ja. Ja. Hallöchen. Alter. Ich hab ein HP, dafür kann ich nichts. Ich hab ein HP und musste den töten, weil der mich angekorbort hat. Mich zur Leiche von Monster. Alter. Wie ist das Monster jetzt eigentlich? Oh, aber egal. Das ist ein HP. Äh, lau, jo, ich hab mich zur Leiche von Monster gekrollt. Ich bin zweimal in das Samus-Loch gegangen. Von wem bekomm ich jetzt ein Gravel-Hoop? Deet, krieg ich ne Hilfstation. So richtig in die Fresse geworfen. Leute, ich muss ein D zu- Ich muss T's fragen. Ich hab die Golden Gun. Ja, 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 ja. Los, Pokemon. Ihr fehlert als ein Traitor. Ich schieße ihn ja da ab. Ich bin Traitor nicht. Ich bin Traitor. Los, kür mich, Sputze. Nein, ich bin traurig von hinten. Ich bin traurig von hinten mit der Bumpe. Oh mein Gott. Wir fliegen es. Detektor? Jetzt nicht euer Ernst. Er ist tot. Es gibt kein Detektiv mehr. Das Pinguin zielt auf jemanden. Ähm, Philipp. Nein, es kommt noch rüberklaß, weil ich irgendwen stelle ihn hören habe. Was ist da los? Was ist da los? No, der war eh nur. Ach, hinter ihm, hinter ihm, hinter ihm. Hallo. Entsäufert war, glaube ich. Immer noch, wieso? Wurde ja gerade getötet. Und wer ist jetzt KOS gesetzt? Es ist noch gar keiner KOS gesetzt. Ich hab's nicht verstanden, also tut mir leid. Ist schon jemand KOS gesetzt? Und wer ist KOS gesetzt, wenn schon jemand KOS gesetzt wurde? Nee, weißt du, der Surfer ist sauschlecht, deswegen ist die eine KOS-Führerfrau. Das ist die beste Frage. Wir sind alle total doof. Ich hab da... Das war witzig. Ich hab da so ne Sterbe... Das war sehr witzig. Ich hab ne Grappling-Hook gefunden. Ich komm da aber nicht ran. Ja... Grappling-Hook. Ostian, wo bist du? Osti, wo bist du? Osti, das war sehr witzig. Das war sehr witzig. Nee. Vergiss... Putze, cooler Tod. Ich hab jetzt mal geguckt, wer ist das da überhaupt? Okay, Tor. Ganz ehrlich, der Dete ist an Fallschaden gestorben. Ich nehm die Grappling-Hook auf. Erstmal werd ich getötet. Find ich gut. Ja, aber fand ich schon gut. Ich bin runtergelaufen. Einfach nur wegen Rifle-Money. Und dann werd ich schon direkt angekwabert auf einen HP. Nee, ich hab mich nicht gekwabert. Du hast nämlich sogar noch einen runtergeschubst. Deswegen. Ich hab keinen runtergeschubst. Was hat dein Philipp für ne Waffe? Ich hab keinen runtergeschubst. Philipp hat ne Kaffee-Money in der Hand. Die Aufnahme muss ich mir nur angucken. Was? Ich hab keinen runtergeschubst. Was hat er in der Hand? Ich hatte eben den Möllchen da. Was war los? Achso. Ich weiß, warum ich mich nicht bewegt hatte. Ich musste erstmal gucken, wer da überhaupt steht. Ich hab deinen Namen nämlich nicht gesehen. Du hast das Geist, oder? Da liegt CF 4. Du weißt, ob das Geist ist. Nein, das ist ein Schnaum. Ich hab aber deinen Namen nämlich nicht gesehen. Ich hab gar nicht getroffen. Aber das ist die beste Beschankung überhaupt. Der da hinter mir. Nee, ich bin nicht getötet. Ich hab gar nicht getötet. Oh, ich mach Let's Plays auf YouTube. Juckt da aber eh niemand. Das ist auch so geil. Der da hinter mir. Alter, hinter mir, hinter mir! Alter! Guck mal, hier jemand... Alter, dieses Random ist echt... Ich meinst du einfach nur rumgegibst, ja? Und hab meine Tee-Kollegen... So beschissen... Nein, du Eifel! Intro! Oh, du willst es nicht gleich weg, wenn du so weitermachst. Der tönt sich einfach random von mir aus. Ey! Hilfe! Ich bagge... Okay! Oh, okay, ich bin später geworden. Ich hab... Ich auch. Nein! Real-Path is this for me! Skill-Failer? Du hast meinen Mann... Ja, was wird's denn? Skill-Man... Was? Ah, ich hab den Snyler-Herstell! Geil! Ihr habt einen Traitor gekillt! Nice! Ich bin der Beste! Alter, nicht random, das Pringoo! Ja, der Beste auch! Das Pringoo-Kawa ist wirklich random! Darf ich mal? Der Koffer, der kommst du zum Haus! Der ist ihnen am Haus mit anderen! Der ist ihnen am Haus! Ich ignorier das einfach! Ach, danke Monster! Danke! Im Übrigen, das Pingu Dioa Spurz hatte Dioa nicht gequillt, er hat nur die Leiche gefunden. Er ist da gerade rausgelaufen. Er kann wieder reden. Das ist sehr schön, hier bei mir ist ein Tee. Achso. Aber das hat auf mein Hörchen ausgeschaut, tut mir leid, okay. Sorry, das ist random war, aber das hat wirklich zuhause geschaut. Oh, jetzt kann ich wieder eine gelungene Abmoderation machen. Von Anmoderation. Ist da gerade jemand gestorben? Ich dran denke. Nein, sachet nett. So, dass ich gegen jemanden stürm, dass dein Mann sterbe. Oh mein Gott, oh mein... Alter, ach... Der... Hä? Will ich verarsch. Der, wie macht ihr das? Kann mir jemand sagen, ob jemand auf dem Turm ist? Ja, ich. Ja, einer ist auf dem Turm. Ich bin... Aber ich habe auch schon diese ganzen Leichen bemerkt. Ich habe da nichts gemacht, aber ich bin... Nein! Du bist ein ganz lieber. Ich habe das erst bemerkt, als ich hier hochgegangen bin. Dacht du, das wurde schon gedacht? Was ist denn ein Juggerknock? Vollidiot. Vollidiot, ey. Yeah! Was ist denn? Klappe. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich bin so kurz davor. Irgendwie erst Make und das Ding... Was denn? In den beiden wurde ich zweimal random gekillt. Ich wurde heute dreimal schon Traitor. Das finde ich richtig geil. Und auf einmal wurde ich drei Mal einfach umgebracht. Einmal von der Make bin. So. Das war nicht random, du... Ich bin dann auf dem Weg zu dir. Okay, ja. Oh, diese kleinen Kinder, die meinen, dass es random wäre. Ja, danke schön. Oh, was ist das? Ja, danke schön.